Wir haben jetzt auch ein Stadia Account, wo ihr uns unterstützen könnt. Kommt in unserem aufbau befindliche Discord Community, profitiert von anderen Vorteilen und beeinflusst aktiv unsere Inhalte. Link dazu in der Videobeschreibung auf unserem Kanal oder auf Instagram. Und damit wünschen wir euch recht viel Spaß bei dem kommenden Video. Und ganz, ganz herzlich willkommen hier bei WarpDust diesmal zu einem neuen Video und auch zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ja so gesehen eine kleine Premiere bei WarpDust, denn diese aktuelle Folge erscheint fast, fast simultan auf YouTube und auf Spotify und Co. Der Grund ist ein einfacher, wenn auch nicht so schöner und das ist, ich war ja eine Weile krank und dann erstmal eine Woche im Urlaub und da konnten wir ja nicht produzieren. Das letzte, was rausgekommen ist auf Spotify und Co. war die WarpDust-Folge, die sich ja passenderweise auch auf die letzte Schatten- und Warp-Folge bezogen hat. Jetzt hat es den Max erwischt. Der Max ist total krank. Seine Stimme ist im Arsch, sagen wir es mal so, wie es ist. Und da wird das dieses Wochenende leider auch nichts. Aber wir wollen euch ja hier auf Spotify und Co. und natürlich auf YouTube nicht ohne Content lassen. Also habe ich mir gedacht, ich setze mich mal hin, schaue mir mal die Gerüchteküche an. Ich habe mir ein bisschen was verpasst, weil ich halt nicht in der Lage war, mir wirklich was anzuschauen. Und holy moly, Leute, wir haben eine ganze, ganze Menge zu bereden. Und dazu habe ich mich entschlossen, das jetzt die Folge zu machen. Es ist so viel. Ich werde zwei Folgen auf YouTube veröffentlichen und eine gesammelt auf Spotify. Einfach den besten Zusammenschnitt aus diesem Video hier. Und die erste Folge dreht sich komplett um alles zur aktuellen Lore, also Arx of Omen. Und in der zweiten Folge werden wir mal einen Blick auf die Leaks und Gerüchte zur 10. Edition von Warhammer 40k werfen. Falls ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, rein ins Thema. Und deswegen würde ich sagen, wir starten hier direkt mit der ersten Arx of Omen Karte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn ihr die nicht direkt vor euch habt. Es ist Karte 14, The Young Warrior. Wenn ihr durch das hier nur als Audio-Medium hört, dann schaut es euch gerne an. Wir steigen natürlich wieder direkt ein mit dem Live-React, wie ihr es kennt. Die Bilikosa Novitus. Also, die Karte ist schon ziemlich klar. Was übrigens beileibe nicht heißt, dass ich von meiner Aussage letzte Woche abweiche, dass diese andere Karte immer noch was mit Fulgrim zu tun haben könnte. Aber es ist jetzt so, Leute, dass wir gesehen haben, das kann man an den verschiedenen Karten sehen, dass immer ein paar Karten, also ich glaube, es sind immer vier insgesamt, zu einer weiteren Karte gehören. Und wir haben jetzt hier, ich blende das natürlich hier links mal ein, diese ganze Zusammenstellung der Karten, also was ich mir halt gedacht habe, ist auch, by the way, natürlich, wir sind hier bei Schattenwarp, das sind nicht alles meine Gedanken, die stammen von Reddit, aus Foren, von anderen Artikeln und natürlich wieder vom lieben Valrag, weil der macht ziemlich guten Content, schaut mal vorbei, wenn ihr eines englischen Möchtigen seid. Aber ich fasse das ja für euch wie immer im Deutschen zusammen. Also, was ziehe ich auf der Karte, was sehen wir überhaupt darauf? Wir haben hier diesen, rechts haben wir diesen jungen Krieger mit einem Kettenpanzer drüber, so einem Plattenpanzer, trägt einen roten Gürtel und so eine rote Scherbe in der Hand, hat er eindeutig das Tauschwert von Farsight, Dawnblade. In der Hand hat er ein Pferd, also einen geschürfenen Pferd und hier oben hat das Pferd hat Panzerung, das sieht man auch. Und hier kann man sich eine ganze Menge angucken. Also erstmal haben wir auch noch links einen Wegweiser mit vier so Wegweiser-Schildern, sage ich mal. Und hinten haben wir, ich erkenne kein Sternbild, vielleicht ist es der große Wagen auf den Kopf gedreht. Aber wir haben ja auf jeden Fall jede Menge so Wolken, genau. So Young Warrior. Und wir haben diesmal eine Sonne und einen Halbmond und ein Auge. Außerdem haben wir auch das. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Auge hier oben rechts, das steht für Terra, das ist das Auge von Terra, was jetzt auf den jungen Krieger, Entschuldigung, ich muss da ein bisschen aufstoßen, was jetzt auf diesen jungen Krieger fallen wird. Wir haben Mond und, also hier Sonne und Mond. Ich denke, das steht tatsächlich für den Aufgang oder den Untergang eines Zeitalters bei dem Tau. Und ich glaube auch dieser Wegweiser, der hier ist nicht ohne Grund hier, der ist hier drinnen, um uns zu zeigen, dass die Tau jetzt am Scheideweg stehen. Und Farseid, für den steht der junge Krieger hier, eindeutig dafür ist, um diesen Weg jetzt zu wählen. Es liegt an ihm, ob es ins Licht führt oder in die Nacht und Dunkelheit. Und auch das Imperium wird eine Rolle spielen. Sie haben ihren Blick auf den jungen Krieger Farseid gerichtet. Und warum ist der Krieger menschlich? Naja, ganz einfach, weil damals, ach, kleiner Disclaimer, ich habe ja wohl mal behauptet, also letzte Folge, dass das Tarot vom Imperator geschaffen wurde, weil man nennt es ja auch Tarot des Imperators. Das stimmt nicht. Das Tarot wurde von Li Tu geschaffen. Das ist ein Legionär, der Erda, schaut mal das Erda-Video, begleitet und gerade auch bei John Dramaticus auf der Seed of Terra ein bisschen rumhängt. Und das ist von ihm. Genau. Und der junge Krieger ist halt menschlich, weil natürlich Li Tu nichts von den Tau wusste damals. Das denke ich mal. Dass er die Symbolik hier bei einem Pferd gewählt hat, ist trotzdem sehr interessant und dass die Tau das später gewählt haben. Es gibt zu dieser Karte aber viel, viel mehr. Und da stoppe ich hier mal kurz die Aufzeichnung von meinem Bildschirm, denn ich muss wirklich in meinem Notiz mal für euch blicken, denn ich bin ein bisschen durchs Netz gewandert, weil mich ein paar Sachen interessiert haben und ich bin darauf was gestoßen. Und die Sache ist jetzt nämlich die, muss ich ein bisschen scrollen, ich habe tatsächlich so viele Notizen dafür, ey Leute, das glaubt ihr nicht, für Arcs of Omen. Also, warum eigentlich der junge Krieger? Der junge Krieger, weil Farcide ist jetzt 200-300 Jahre, wenn ich mich nicht höre, ungefähr alt. Ähm, der junge ist jung. Das ist halt dieses Ding, wisst ihr? Ähm, Farcide ist ein junger Krieger, weil er im Gegensatz zu allen anderen Charakteren, die wir im Setting haben, einfach unglaublich jung noch ist. Also schaut euch doch mal so Leute an wie Dante, schaut euch mal Leute an wie Logan Grimner oder, ähm, ja, eigentlich jeden wichtigen Charakter, der ist älter als so Farcide einfach nur, ne? Also da ist viel, viel mehr. Gut, jetzt nochmal der Punkt zu diesen Karten, die wir hier natürlich im Bild die ganze Zeit links eingebildet haben. Wir sehen ja, wir haben zwei Karten bis jetzt für das letzte Buch und jeweils vier immer für die da oben, ne? Und also wir haben ja, beim ersten haben wir zum Beispiel die Galaxie, die auf die Abaddon hinaus will. Dann haben wir diesen König, wo ich immer noch meine, dass das Lufa ist und das mit dem silbernen Schlüssel. Das sind halt irgendwie schon Dark Angels Elemente. Guckt euch das einfach mal an. Wir haben dann hier Angron und seine World Eater, Slotara Sarin, der Imperator, den erledigen wir, den Korpse-Imperator. Dann haben wir bei Vajta, haben wir den Dämon im Fels drin, die Dark Angels stellen sich eben zweites Bild und drittes Bild natürlich auch wieder Dark Angels und ein Verrat, der vielleicht angeteast wird durch die letzte. Das könnte sich wieder auf Folgern beziehen. Und dann haben wir die Karte, äh, die letzte, The Horde. Die haben wir ja uns schon angeschaut. Werft da einfach nochmal einen Blick in die letzte Folge. Ich hab da eine spezielle Meinung zu. Es kann sich, also es bezieht sich meiner Meinung nach auf Fawcide, aber halt auch nochmal, ähm, auf wen anders. Genau. Ähm, das ist aber halt bei Leibe noch nicht alles. Wie gesagt, Fawcide ist ein junger Charakter. Was zu diesem Buch noch zu sagen ist, dieses Buch soll wohl diesen oder nächsten Monat, ich tippe auf nächsten Monat angekündigt sein und es soll wohl tatsächlich Fawcide heißen. Oder auf Deutsch dann Weitsicht, ne. Ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich sage, dass dieser Name, also ein Buchname ist Weitsicht, klingt irgendwie cooler als Commander Weitsicht. Naja. Äh, hab ich nicht gesagt, dass das letzte Buch Lion heißen soll? Ja, habe ich, Leute. Weil es gibt Gerüchte, dass noch ein fünftes Buch angekündigt werden soll. Und dieses soll wirklich Lion heißen. Die Frage ist natürlich, was wird Fawcide im Setting machen? Die Sache ist die, wir haben immer noch keinen Plan, gegen wen Angron eigentlich kämpfen wird. Ich hab ja schon ein paar Charaktere mal in den Ring geschmissen, also zum Beispiel, ähm, den Fulgrim-Klon, äh, oder Trazen oder, naja, Lion. Aber vielleicht auch Fawcide. Vielleicht kriegen die Tau jetzt ihren Auftritt auf der Bühne. Vielleicht wird sich Fawcide Angron stellen. Und eine ganz wichtige Sache dabei könnte sein Dawnblade. Also dieses, ich glaube es heißt auf Deutsch Morgengrau oder so. Grauen, ne. Also das Schwert von Fawcide stellen. Ihr habt euch ja gefragt, ist das ein Chaos Blade. Ähm, die Sache, um das mal ganz aufzuklären, ist wie folgt. Es wird angenommen, spekuliert in der Lore, dass das ein Chaos Blade ist, aber es ist nicht gesichert. Was gibt's dazu zu sagen? Dieses Schwert ist wohl von einem Xenos-Planeten, der lange verlassen und ausgestorben war. Und dort hat Fawcide es halt gefunden. Und nebenbei, Fawcide hat auch so eine Medaillonge, also Medaillons, Entschuldigung, die das Chaos negieren. Also so nullmäßig. Es gibt ein Problem an dieser Dawnblade ist ein Chaos Schwert Sache. Und die Theorie, die habe ich hier auf Reddit gefunden und die werde ich euch einfach mal kurz vorstellen. Also heute haben wir ein bisschen was vor. Ähm, die Theorie lautet, Dawnblade ist kein Chaos Schwert, sondern ein Schwert aus dem Krieg im Himmel. Genau genommen von den Katanen. Warum? Also, die erste Sache, die der liebe Verfassung dieser Theorie, ich hab jetzt leider den Namen nicht mehr parat, aber seht's mir nach, angemerkt hat, ist, dass das Problem ist, dass Fawcide ein einfacher Tau war, als er das Ding gefunden hat und nicht einfach zermalmt wurde von dieser psionischen Macht oder von diesem Chaos Ding, ganz gleich wie standhaft oder eigensinnig der Typ sein mag. Fulgrim, ein zutiefst loyaler und geistig versierter Primarch wurde einfach von dieser Klinge, die er angefasst hat, dieses Layerblade oder Layerblade, ähm, korrumpiert. Für Fawcide gilt das nicht. Und wir wissen, dass aus dem Gespräch von dem Dämonen Fulgrim mit Horus, dass Fulgrim sofort nach Terra gerannt wäre, wäre der Dämon nicht gewesen. Also als Horus ihm das Angebot gemacht hat. Und Fawcide wird nicht mal kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Das passt nicht. Und dann bin ich mit dem Typen einer Meinung. Ich meine, der findet ein Chaos-Schwert auf dieser komischen Welt und kippt nicht mal um. Ach komm. Das Ding hat außerdem offensichtlich Macht. Es ist in der Lage, nämlich Lebenszeit zu übertragen. Und es wird beziehen, dass es eine, äh, beschrieben, dass es eine chronopagische Regierung besitzt. Und das ist nämlich auch ein Punkt. Und da gehe ich total mit. Nämlich, es ist eine wissenschaftliche Erklärung. Chaos oder Psyonik ist an sich das Äquivalent zur Magie in der Warhammer-Welt. Man kann an sich alles mit Warp und Psyonik, bäh, erklären. Ne, wisst ihr? Die Sache ist jetzt bloß die. Magie hat keine wissenschaftliche Erklärung. Es ist halt wirklich dieses so, versuch's nicht zu verstehen, fühl es, um Athenet zu zitieren. Chaos-Artefakte werden nicht wirklich erklärt. Wir haben hier ein Chaos-Schwert. Wir haben eine Chaos-Achse. Wir haben ein Chaos-Auto. Whatever. Und allein dieser Name, Chaos im Namen, das reicht uns. Wir wissen, was gemeint ist. Wir wissen, alles ist prinzipiell möglich. Es gibt zwar gewisse Regeln, aber keine wissenschaftlichen. Ja. Ähm. Nächster Punkt. Wir wissen, im Gegensatz zu dieser Chaos-Nummer, bei den Katan und Negron-Tier ein bisschen mehr tatsächlich. Denn die sind in der Lage, die natürlichen Gesetz der Physik und der Realität im vollen Umfang zu manipulieren. Man nennt die Katan auch Meister des Materiums definitiv. Obwohl sie diese Dinge tun können, die, sag ich mal, von außen betrachtet magisch schwer wirken, wie Feuer schmeißen oder Blitzeschießen oder Teleportation und so, ist es einfach, darauf zurückzuführen, dass ihre wesentliche Errungenschaft einfach ist, dass ihr Verständnis von ihrer Umgebung und dem Gesetz des Universums einfach viel, viel höher ist als das aller anderen Rassen. Es ist... Man könnte sagen, um Afat C. Clarke zu zitieren, Magie ist eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen. Und das gilt bei den Katan, denn all ihre Werke, zusammen mit den Negron, ist einfach nur auf sehr krasse Wissenschaft zu beziehen. Dawnblade mit seiner Funktionsweise und dieser ausdrücklichen Bezeichnung, was halt dieser Chronoparkie, äh, Parvie oder... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Leute. Das tut mir leid, aber dieses Chrono-Zeug halt, was drauf ist. Das wird immer beschrieben, das schreit einfach nach Necron, beziehungsweise Necron-Tür. Denn die Fähigkeit, Dämonen zu töten, das kann das Schwert, das wissen wir, zusammen mit... Also, es ist antipsionisch, zusammen mit diesem... Ich stehe dir das Leben eingeschafft. Also, das lässt vermuten, dass es ein Artefakt aus dem Krieg im Himmel ist. Vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, aber es macht für den Verfasser und für mich auf jeden Fall Sinn, dass es... Es ist was offensichtlich Metaphysisches, obwohl es wissenschaftlich beschrieben wird. Und es ist nicht vom Chaos erschaffen oder beeinflusst. Denn es wurde speziell für dessen Bekämpfung gebaut. Also, nicht so im Sinne für Bekämpfung vom Chaos, sondern eher Bekämpfung vom Immateriellen. Was ja das Metier der Alten und der Älter war. Also, so ein Schwert könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine rein Warp-Identität oder was sehr Warp-Verbunden ist, wie zum Beispiel im Avatar des Cain oder halt auch dem Avatar von Ineat gefährlich werden könnte. Und die Tatsache, dass sein offensichtlichster Zweck und seine mächtigste Eigenschaft darin besteht, das Leben seines Trägers zu verlängern, indem es einen anderen tötet, würde nicht wirklich Sinn machen, wenn das nur für einen Dämon gedacht ist oder für Leute, die dem Chaos zugeneigt sind. Weil, überleg doch mal Leute, ein Dämon, der lebt praktisch ewig, beziehungsweise hat nicht gelebt. Zeit hat für die keine Bedeutung. Und wenn du von dem Chaos beschenkt wirst, bist du meistens sowieso unsterblich. Also, was Alter angeht. Deswegen macht das nicht viel Sinn. Dämonen können, wie gesagt, ewig leben. Und deswegen erscheint es einfach unnötig, dass sie ein Artefakt erschaffen, was ein natürliches Leben verändert. Die Zeit ist das Erste, was im Warp ausgehebelt wird. Naja, eine Rasse wie die Negrontür, deren natürliches Leben ein paar Jahrzehnte betragen kann, scheint dagegen der perfekte Anwender für eine solche Waffe zu sein. Wenn man jedoch bedenkt, dass es sich bei dieser Waffe um einen effektiven Weg handelt, Chaoswesen zu killen, scheint sie wie geschaffen für die Negrontür, die tausende Jahre ja damit verbracht haben, die Alten und ihre Fähigkeiten, um den Warp zu bekämpfen. Also, das war ja nicht so eine Nummer, die war von heute bis morgen durch. Nein, Leute, Krieg im Himmel ging eine ganze Weile. Die Quellen des Imperiums geben an, dass die Architektur von Dai, das ist dieser Planet, wo er diese Warp-hemmenden Medallions er hat. Also, die imperialen Quellen geben an, dass die Architektur von diesem Planet nicht mit der Ästhetik vom Chaos in Verbindung gebracht werden kann. Da sie, dass sie halt tausende von Jahren vor dem Imperium beschrieben wird. Und wenn wir, zumindest, es tut mir leid und ich will es nicht, aber wenn wir der Lore folgen und davon ausgehen, dass, naja, die Chaosgötter so gesehen durch die Menschheit erschaffen wurden und Slanisch halt erst durch den Fall der Älter, dann ist es anzunehmen, dass Dai und die dortige Kultur, genau wie die Kultur auf dem Planet Arthas-Moloch, wo er das Schwert her hat, älter ist. Und das Einzige, was dann bleibt, sind Negron-Tyr-Kulturen oder Diener-Rassen der Alten. Und warum sollten Diener-Rassen der Alten oder die Alten selbst ein Anti-Materium-Schwert erschaffen? Macht doch keinen Sinn. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Dornblade selbst einfach ein Schwert ist, dass die Negron-Tyr, die Katan vor diesen Bio-Öfen, wir lutschen euch die ganzen Seelen raus, nochmal geschenkt wurde. Denn die Katan haben dem Negron-Tyr viele lebensverändernde Geschenke gemacht. Und ein Schwert, das den Rest der natürlichen Lebensspanne eines getöteten Ziels absaugt und auf mich selbst überträgt, ist doch perfekt für mich, wenn ich ein Negron-Tyr bin. Dazu kommen noch diese Medaillons von Farzheit selbst. Er hat halt angenommen, oder er scheint zumindest der Meinung zu sein, dass die Warp-Manipulierend oder sogar Warp-Aufhebend sind. Oder dass sie solche Eigenschaften haben. Letztere würden wieder durch Zufall bei den Blackstone-Pylonen halt genau das, also sie, es ist halt genau das gleiche wie bei den Blackstone-Pylonen, ne? Leute, sie können Immaterium-Sachen negieren. Und das haben die Negrons benutzt, um Warp im ganzen Universum zu negieren. Es gibt sogar bei, was ist denn das, ich glaube Battlefield-Koffe-Gamala 2 ein alternatives Ende, wo die Negrons diese Pylonen nutzen, um das Auge des Schreckens tatsächlich wieder zuzumachen. Und es scheint zumindest in Teilen so, dass Farzheit irgendwie von der äußeren Macht manipuliert wurde. Was er auf den ersten Blick wieder dafür spricht, Leute, das ist Chaos. Aber irgendwann, bevor Farzheit ja dieses Schwert findet, er ist ja depressiv, ihm geht's ja nicht gut, er macht irgendeine Erfahrung, die sein Leben verändert, ihn aus der Depressionen herholt und ihn vor dieser Reise nach Atos Moloch ermutigt. Man könnte jetzt sagen, irgendeine Identität hat ihn zu diesen, vorher noch zu diesen Medaillons bei Dai gelockt oder auch nach Atos Moloch. Aber, warum sollte das Chaos das machen? Das macht keinen Sinn. Irgendeine Chaosmacht oder ein Dämon, der mit dem Tau irgendwas machen will, der schickt sie doch nicht zu Artefakten, die sie impotent gegenüber dem Warp machen, die praktisch jemanden erschaffen, der so Anti-Warp und Immaterium ist wie nur Möglichkeit. Und das Ding ist, an dieser ganzen Geschichte, es gibt tatsächlich eine Fraktion, die das machen könnte, die ursprüngliche Fraktion, an die ich gedacht habe, die Kabale, die sind raus, vernichtet von Eldarat. Aber, ja, was ist mit einem untergetauchten Katan, der Verwendung für die Tau, beziehungsweise für die Farcite-Enklave gefunden hat? Und, ich meine, die Tau und die Necrons, die sind nicht so weit weg. Ich meine, wir haben eine junge Rasse, technologisch unglaublich fortgeschritten, gemessen an der Zeit, wie sie existieren. Bisschen naiv der Galaxis gegenüber. Ich meine, die Typen haben versucht, dreimal mit den Tyraniden zu verhandeln. Ich meine nur. Also, sie haben halt vom Great Game in der Galaxis nicht so wirklich einen Plan. Und das ist doch perfekt für so einen Gott des Materiums, sag ich mal, um etwas größeren Einfluss in der Galaxis zu erlangen. Er züchtet sich jetzt diese Rasse so ein bisschen hin. Ich meine, wir haben alle keinen Plan, wo die Ethere jetzt herkommen. Also diese himmlischen, wissen wir nicht. Und dann taucht ein Schwert auf, was ein von denen, der wahrscheinlich der größte Krieger ist und eigentlich der nach 40 Jahren verrecken würde, erstmal ein längeres Leben verschafft, um ihn vielleicht an einen bestimmten Punkt in der Galaxisgeschichte zu bringen, wo er was reißen kann und ihn dann zufälligerweise noch, naja, mit Anti-Warp-Artefakten ausstattet. Das riecht nicht nach Dämon, Leute. Das riecht null nach Dämon. Da bin ich mit dem Verfasser einer Meinung. Und der Verfasser gibt auch noch an der Theorie, wie gesagt, immer noch nicht meine, aber ich gebe mit ihr mit, dass der relativ abgelegene Teil der Galaxis um den Golf von Damokles ein ideales Versteck für ein Katan zu sein scheint. Zumal es in der Nähe von diesem Gebiet noch zumindest jetzt keine Grabwelt in der Necrons geben kann. Und das ist, das ist ein Punkt. Da gehe ich halt mit. Das ist, naja, ich sage ja nur, da könnte was passieren. Und das hängt mit Leaks zusammen, die, also, maybe es waren die Katan. Oder es ist eine neue, beziehungsweise alte Rasse, die sich gerade in den Champion heranzüchtet. Aber zu dieser Rasse komme ich erst im nächsten Video. Oder für euch Podcast-Leute nachher. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der nächsten Karte, Leute. Auf geht's. Hier zur nächsten Karte. Also der Nahrer. Ich habe zu der Karte eine ganze, ganze Menge zu sagen. Also die habe ich auch schon gesehen, die letzten beiden. Die nächste, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und da bin ich, oh, da bin ich halb drauf. Ich habe nur den Titel gerade gelesen, kurz, als ich das hier zusammengestellt habe. Leute, uh, da habe ich Bock drauf. Aber erstmal hier, nächstes. Ähm. Wir haben hier blaue Leichen, auf denen zwei Raben sitzen. Oh mein Gott, mir kommt so eine Idee gerade, Leute. Wir haben einen roten Narren, der so eine Art, ich würde das schon jetzt so eine Art Tauachszepter-Ding. Also es hat drei Klingen, eine nach oben, eine nach links, eine nach rechts. Wir haben rechts, unten so ein Schädel, links oben auch, Schwert dadurch. Und wir haben Kreise innerhalb von Kreisen. Woran erinnert mich das nur? A circle in a circle. Ein Kreise, Spiralen, Leute. Und schaut euch das mal an. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Kreise, sechs Sphären, könnte man sagen. Sechs Expansionssphären der Tau. Wir haben einen Haufen Leichen. Und diese beiden Gesichter sehen deutlich menschlich aus. Aber hier, wo der Fuß von dem ist, das sieht ja so ein, das könnte auch ein Tau sein, oder nicht? Hm. Die Frage ist jetzt, wer soll dieser Nar sein? Ich sage, dieser Nar. Sind die Tau selbst. Diese Narren stolpern in eine Galaxis, von der sie nichts verstehen. Auf den Leichen ihrer eigenen Rasse. Circle in a circle, ne? Spirale, Dark Angels, hm, vielleicht kommt da was. Weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal anschauen. Ist auf jeden Fall super interessant. Dieses Tau-Zepter. Hier. Also das ist definitiv, das sind definitiv die Tau, die in die Galaxis hineingehen. Und sich da alles mal angucken. Aber halt, ne, nicht so, sag ich mal, wirklich verstehen, was da abgeht. Also, sie sind halt die Narren. Und vielleicht ist es auch, ne, aus der Imperiums Sicht, diese Narren, die jetzt was herausfordern. Ich meine, ein großer Witz in dieser ganzen Sache ist ja immer, dass wir glauben, also, dass wir ja immer sagen, Die Tau, ja, jede andere Fraktion könnte euch auslöschen, wenn jemand mal die Zeit hätte. Aber das Imperium, das kämpft halt die ganze Zeit zehn Kleidenschläge rein. Da können wir halt nichts machen. Ne, ist nicht. Wir sind halt beschäftigt, bevor wir uns mit so einem Fliegenschiss wie euch herumschlagen. Aber vielleicht ist die Rasse selbst einfach nur auch ein Trickster. Also vielleicht, ich meine, diese Leichen sind blau, vielleicht werden wir auch unglaublich falsch geführt. Aber vielleicht sind es auch menschliche Leichen, wer weiß. Auch wenn der hier unten auch wieder so ein bisschen taurig aussieht. Und der hier halt auch, ne. Und sie haben ja auch menschliche, äh, Hilfstruppen. Kann ja auch sein. Vielleicht tricksen sie uns auch aus. Kann ja auch sein. Oder sie werden ausgetrickst. Aber ich würde sagen, die Tau sind eine Rasse von Narren. Das, da würde ich mitgehen. Diese beiden Raben hier können für tot stehen. Und das ist jetzt, das ist ultra weit hergeholt. Und ich weiß, ich kenne die nächste Karte noch nicht, aber das ist ultra weit hergeholt. Aber nun mal so. So, wir haben ja diese Theorie-Klamauks-Folge namens, ähm, Russ und der Baum des Lebens. Die kommt ja hier auf YouTube, kommt die, ähm, Dienstag. Kleiner Teaser. Huh. Und auf Spotify, die ist ja schon länger raus. Und wir haben ja da rumtheoretisiert, was mit Russ passiert und wo er ist und wie er zurückkommen könnte. Und, ähm, eine unserer Assoziationen war ja die Frage, also eine Assoziation, die wir halt auf die Frage gehabt haben, wie kommt Russ zurück? Da war ja die Frage als Berserker, als Wolfsmensch oder als so eine Art Space Odin. Und es wurde noch nie in der Lore gestated. Und es ist halt wirklich nicht viel, es, nicht, aber es könnte sein, es könnte, es könnte sein, es könnte ein mini, 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 mini Teaser sein. Dass diese Raben hier für Russ stehen. Also, dass er so langsam auf den Realraum blickt. Who knows? Aber, ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Karte. Und das ist nämlich The Tree of Life. Und das interessiert mich wirklich jetzt. Weil das ist was, was ich, das finde ich crazy. Let's look. Also, lass uns mal reinschauen. Der Baum des Lebens. Let's. Hm. Letalitus Asperium. Es ist halt, also zumindest, was man übersetzt, heißt es irgendwas mit grobe oder ungefähre, ähm, Letalität, also Gesundheit. Es könnte was gegen Nürge sein. Oh ja, es könnte was gegen Nürge sein. Oh, lass mal schauen. Oh, ein Meer aus Sternen. Burning Stars. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also, das ist ja mal ein Teaser, Leute. Wir machen das mal hier auch noch ein bisschen größer. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott. Wir haben, was haben wir? Wir haben einen roten Baum. Wir haben den jungen Krieger. Der kniet davor, wieder mit dem Schwert. Es ist Farseite. Definitiv. Und im Sch... Oh mein Gott. Leute, ich werde nicht mehr. Schaut euch das mal an. Das bringen sie... Ich könnte recht haben mit dieser Rust-Theorie. Weil, vor allem, was haben wir denn hier? Also, irgendwie. Ähm, oder nicht, nicht mal... Also, nicht Rust, aber der Baum des Lebens. Hört mal zu. Also, okay. Ich muss mich sammeln, Leute. Das hat mich jetzt ein bisschen weggeblasen, muss ich zugeben. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, wir haben hier, haben hier eine Baumkrone. Rot mit lauter Sternen drin. Also, so Edelstein-Sterne. Und wir haben den jungen Krieger, der davor kniet. Vor diesem Baum ein paar Steine. Ähm, ich kann hier alles reininterpretieren. Oh Leute, das wird lang. Und hier unten ist links, ist noch ein Skelett. Wir haben wieder diese typische Halb... Also, hier haben wir wieder die Halbmonde. Unten ist wieder Sonne. In der Mitte ist ein Mond. Und hinten rechts ist noch ein komischer Lichtstreif. Das sieht aus wie ein Portal, was gerade ausgeht. Also, boah, ey. Was glaube ich jetzt? Also, ich bin der Meinung, dieser Baum steht... steht für Isha. Für die Göttin des Lebens der Elder. Was mich auch ein bisschen bestätigen würde, sind diese Sterne hier, die man sieht, die so Diamanten wirken. Und nicht wie die echten Sterne, die man auch im Hintergrund sieht. Nämlich, das könnten Schmuckstücke sein. Wisst ihr? Und das könnte einfach eine Anspielung auf Schmuckstücke auf Ishas Gewand sein. Wisst ihr? Und ich höre da noch... Wir hören da jetzt nochmal rein, was er nämlich sagt. Das ist nämlich ganz wichtig. Also, Hoffnung. Er blüht im Garten. Und ich glaube, von der verlorenen Seelen. Und brennenden Sterne. Okay, okay, okay. Also, der Punkt ist an dieser Sache. Der Garten. Und das ist für mich eindeutig der Garten des Nörgeln. Man kann jetzt hier in diese Steine, könnte ich auch reinbringen... Es sind wieder Rocks. Warum sind Rocks um den Tree of Life? Warum nicht einfach nur Pflanzen? Rocks. Der Rock. The Rock. Irgendwas mit den Dark Angels. Maybe. Und wir haben hier auf jeden Fall auch die Allegorie Tod. Dieses Skelett. Und wir haben Rasen. Und wir haben auch diesen Baum. Und das ist Tod, Leben, Verfall haben wir in einem Bild. Wir haben halt ein Todeskelett. Wir haben den lebenden Krieger und diesen wachsenden Baum. Alle Aspekte von Nörgeln sind in diesem Bild drin. Aber wir haben den Tree of Life. Wo wie auch Isha genannt wird. Schaut dieses nächste Video, was kommt. Ey, wow. Und wir haben Farsight, der da vorkniet. Also, zumindest glauben wir, dass das Farsight ist. Was bedeutet das nun? Und dieses Portal-Ding hier hinten ist auch eine Riesensache. Weil wir haben in einer der Dawn of Fire. Und ich habe es noch nicht gelesen. Ich muss es echt nachholen, Leute. In einer der Dawn of Fire Bücher haben wir den King in Yellow. Also den gelben König. Oder wie er heißt auf Deutsch. Und das wird gestated, dass das Konstantin Waldor ist. Weil auf seiner Rüstung sind jede Menge Namen eingraviert. Und einer dieser Namen ist Konstantin. Was macht Konstantin Waldor? Konstantin Waldor baut wohl eine Armee von Blanks. Also das sind, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind es, also es ist schwierig, ob das jetzt die Blanks sind oder Imperator treue Dämonen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, baut er so eine Art Armee aus Nullmeiden. Aber das sind dann wohl Menschen, nicht nur Frauen. Und, naja, seine Farbe ist Gold. Die Macht des Imperators ist Gold. Die Psionik, die der Imperator halt nutzt, ist Gold. Es ist immer Licht. Und wir haben hier diesen Baum, der irgendwie schon wie im Herbst wirkt, mit dieser Dunkelheit, aber und auch sein Licht auf Farseit wirft. Und dann geht das hier auf. Ein Portal öffnet sich. Was auch den Krieger zu bescheinen scheint. Und hinter ihm ist es dunkel. Die Finsternis frisst an ihm, frisst an seinem Schädel. Warum? Wissen wir nicht. Naja, vielleicht ja doch. Komme ich gleich noch zu. Und in diesem Baum sind die erst im Garten des Nurgi. Das ist Isha, definitiv. Und anscheinend scheint Farseit irgendwas mit Isha zu tun zu haben. Wird er zu ihr gehen? Wird sie zu ihm sprechen? Wird sie Kontakt zu ihm aufnehmen? Warum zu ihm? Warum nicht zu den Eldern? Ich weiß es nicht. Und dieses Portal da hinten könnte es, also, sorry, aber wenn wir den Tree of Life, das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht seit wann, aber seit immer Leute, dass der Tree of Life, außer in so einer Nebenaussage von wegen Russ ist weg, den Baum des Lebens zu suchen oder den Samen oder ach, leck mich doch am Arsch. Das erste Mal wird der Tree of Life erwähnt und gezeigt und das machen sie nicht ohne Grund. Und sie würden auch nicht dieses Portal, diesen Stern, was auch immer das hier ist, einbauen. Er ist unglaublich, Leute. Was ist, wenn das ein Portal ist, durch das Konstantin Waldor hierher kommen wird? Oder Russ selbst? Farseit und Russ treffen sich am Baum. Oder er findet eine Hinterlassenschaft, dass Russ bereits dort war. Das könnte ja auch sein. Holy moly, dieser Tree, droppen sie einfach in den Tree of Life. Weil was anderes, also wenn, also ich bin natürlich offen für Vorschläge, Leute. Wenn ihr glaubt, dass es was anderes ist, ich höre gerne zu, schreibt es mir hier drunter in die Kommentare. Ich bin sausaumäßig gespannt. Aber das war es zu den Tarotkarten, aber ich habe noch ein bisschen was für euch. Nämlich, wollen wir nochmal ein bisschen reinschauen. Bevor wir jetzt zur 10. Edition übergehen, habe ich noch ein bisschen neue Lore und ein paar, sage ich mal, Gerüchte. Und ich würde jetzt einfach mit der neuen Lore, äh, mit den neuen Gerüchten nochmal ein bisschen starten. Anscheinend gibt es neue Boarding Patrol Sets. Also diese, diese, ähm, kleinen Sets, die jetzt immer rauskommen, was ja früher diese Starterboxen waren. Das gibt es ja jetzt als Boarding Patrol. Und anscheinend, vorneweg, die Leaks, die das jetzt ansagen, sind die gleichen Leaks, die zum Beispiel die Adeptus Mechanicus und die Grey Knights Box vorausgesagt haben. Deswegen, deswegen halte ich das hier für sehr wahrscheinlich. Also sie bestätigen erneut, ähm, ein neues Farseit-Modell und ein Modell von Sneakrock. Also das ist, äh, ein, so ein, so ein Ork-Stealth-Dude. Ich blende den hier mal kurz ein im Video, aber ich bin nicht so tief in der Ork-Lore drin. Ich bin ein Space-Main-Typ, ähm, ihr kennt mich. Wir sind dabei, uns da ein bisschen einzulesen, aber das kommt in der nächsten Ork-Folge, Leute. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der Typ, also Sneakrock, auch in der Boarding Patrol Box sein, genau wie Farseit. Die Farseit-Box bekommt wohl viele Tau-Suits. Und was in der Sneakrock-Box drin ist, das wissen wir noch nicht. Also Sneakrock oder Sneakroot, wie man ja auch immer ausspricht. Auch bekommen die Drukari wohl eine neue Boarding Patrol Box, also ein neues Set. Ich weiß noch nicht, was da drin ist, da ist nix gestated. Und der Name ist wohl Hexakult des irgendwas. Ich konnte da das nicht genau rausfinden, was das auf Deutsch sein soll. Also es ist irgendein Hexakult. Ähm, wer ein bisschen Bock hat, schaut mal ein bisschen, ob ihr zu den Leaks vielleicht was findet. Schreibt es mal drunter, ich würde mich freuen. Und wir haben jetzt noch was Neues. Und das ist das, was ich euch hier direkt einblende. Das ist die, ähm, neue Lore zu Angron. Oder beziehungsweise direkt aus dem Angron-Buch. Das ist von mir ein bisschen frei übersetzt worden. Also ich habe mich hingesetzt und die entsprechende Textstelle halt übersetzt. Und lest ihr euch natürlich mal kurz vor. Und das sagt hier ein Grey Knight. Er war ein Wesen, das perfekt hätte sein sollen. Ein Wesen, das auf einer Ebene fühlt, die weit über das menschliche Grundniveau hinausging. Aber er war so gründlich missbraucht worden, so gebrochen, dass es nichts mehr gab, was ein Herz erfüllte, außer Hass. Bei aller Grausamkeit der Nurkirianer, denen er ausgesetzt war, war seine Behandlung durch das einzige Wesen der Galaxis, das es hätte besser wissen müssen, bei weitem barbarischer. Der Imperator erlaubte seinem Sohn, gebrochen zu bleiben. Er hatte ihm eine Religion geschenkt, um ihn an die Kameraden zu erinnern, die er verloren hatte. Brüder, um ihn zu verdeutlichen, wie weit er von dem Ideal abgefallen war und wie sehr man ihm Unrecht getan hatte. Es wäre sicherlich für alle besser gewesen, wenn er sich einfach seiner Beschädigten Zwölften entledigt hätte, so wie er die Beseitigung der Zweiten und der Elften eingefädelt hätte. Angon selbst hätte es wahrscheinlich begrüßt. Jo, was ist daran jetzt so krass? Also erstmal kommt das von einem Grey Knight. Und was ich interessant finde, ist, dass der Grey Knight hier den Imperator kritisiert, was wir von einem Custodes halt nicht bekommen hätten, aber von einem Grey Knight. Und jetzt ist erstmal die Frage, wir müssen uns ja mal angucken, wann sind die Grey Knights geschaffen worden? Die Grey Knights wurden geschaffen auf dem Höhepunkt der Heresy, nämlich zur Schlacht um Terra. Warum wissen die heute von den Lost Legions? Also, und so, also so, ähm, sag ich jetzt mal konkret. Das ist ja mal eine riesige Frage. Warum wissen die davon? Also, ein paar Marines könnten es gewusst haben, aber selbst das ist schwierig, wenn wir überlegen, dass es wohl auf dem Namen der primarischen psionischer Bann liegt. Und wir erfahren über die Jahre immer ein bisschen mehr über diese zwei verlorenen Primarchen. Nämlich in der Hohes Heresy und der Siege of Terror-Reihe haben wir hier und da so ein paar Tees. Also, Russ spricht mal drüber, ich glaube, Angon erwähnt es auch mal. Und, ähm, Magnus spricht auf jeden Fall drüber, Gulliman hier und da mal. Und auch Malkador mit Doran zum Beispiel. Was uns bestätigt wird durch diese Textstelle, ist, dass beide Primarchen definitiv tot sind. Also, das spricht nicht für ihre Legion, ne, aber die Primarchen sind wohl tot. Die Frage ist jetzt, warum gibt uns GW immer mehr Hinweise? Warum? Wozu? Wenn sie nicht planen, da vielleicht irgendwann mal deutlich was zu machen. Und im Costodus-Kodex, also im letzten, gibt es Subjekt 11, der unter dem Palast liegt. Fragen über Fragen. Ich habe da keine Antwort drauf. Also, ich sage, die beiden sind tot. Ich könnte mir vorstellen, das ist der Körper vom 11. aber GW macht nicht mehr Sachen, also GW macht nicht wie früher so Sachen ohne Grund, ne? Sondern GW hat einen Plan. Und Subjekt 11 und auch diese Stelle, ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Aber überlasse es natürlich auch wieder euch. Haut mal eure Gedanken dazu bitte in die Kommentare. Und das war's mit der ersten Folge. Wir werden uns in der Folge morgen, am Sonntag natürlich, die erscheint um 11 Uhr früh, wie normalerweise auch der Podcast. Gebt's euch. Wir werden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Wir schauen uns an, alles rund um die 10. Edition, wie zum Beispiel die Starterbox heißt, wie die sich zusammensetzen soll, was wir sonst noch bekommen, was wir sonst noch wissen, was wahrscheinlich ist. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, Leute, ich freue mich auf morgen, ich freue mich auf euch und in dem Sinne, eure Meinung ist mir wichtig und Hydra Dominatus.